Guten Tag, kann man hier erkennen, wo eine Ader hier scheinbar aufhört, nur unter dem Weg. Und genau dort ist eine welche Pulsierung zu sehen. Ist da irgendwas am Arbeiten? Fotonbombe! 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 Damit es hier, wo die Pulsader scheinbar endet, ein Arbeitsprozess stattfindet, weil ja auch das Zucken ist dort. Herr Doktor Merkens. Merkens etwas, oder ja? Ich kann dort eine Pulsierung sehen. Fotonbombe! Ihr auch, oder sie auch? Fotonbombe! 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 Wenn ich den Arm betrachte, ist die einzigste Pulsierung dort, wo die Ader hier scheinbar endet. Hier! Na, Herr Doktor, können Sie mir hier eine Antwort geben, bitte? Ich beende mal bei 1,42. Dankeschön! 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 Wirklich. Erst,